Ich bin ein ganz großer Fan bei YouTube. Lord Amazon ist einer meiner Lieblings YouTuber. Kann ich mir sagen, kannst du mal filmen? Ich hab bei dir was bestellt gestern, so eine Hülle, die ist kaputt. So, ja, wir sind angekommen beim XXL Super Day hier vorne. Genau, da hinten ist eine Menge los, auf jeden Fall, da sind eine Menge, Menge, Menge Leute. Wir haben ganz, ganz viele YouTuber für euch von Linse bekommen und haben mit ihnen Baseball gespielt. Genau, Baseball kennt ihr ja, wir werden irgendwelche Begriffe den Leuten an den Kopf klatschen und mal gucken, wie sie reagieren. Das war sehr spannend, wir haben jetzt ungefähr 25 bis 30 Leute schon bekommen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir machen hier eine Riesenauswahlschilme jetzt auch. Genau, eine Riesenauswahl, ihr könnt einfach auf die einzelnen Videos klicken. Wir haben keine speziellen Favoriten, schaut sich einfach alle an, wenn es euch gefällt, wir haben tausende Leute erwähnt für jeden, was dabei sein. Genau, klickt euch einfach durch, sehr interessant. Und was soll man noch sagen? Eigentlich, ich habe jetzt nur ein bisschen die Zeit hier während der Videoeinblendung bezieht. Genau, also klickt jetzt bitte überall draußen irgendwo. Bitte klicken. Da zum Beispiel. Oder hier vorne. Ja, da. Hier ist auch eine Möglichkeit. Hier vielleicht. Da hinten sind wir übrigens noch auf unserem speziell für uns ausgerichteten Attraktionsgeschäft gefahren. Und zwar diese Welle da vorne. Und wie das aussah, das hat der Robin von HF und Q Entertainment, um das mal ein bisschen zu proposieren, hier schön gefilmt, das könnt ihr hier sehen. Dann starte Erst, wenn sich ein Abonnement lohnt, dann ist es Wavetime Inc. Dann habe ich zu ihm gesagt, geh mal da hinten hin, dann lag da noch mal so ein... Dann habe ich dann auch so... Wir haben noch einen Dank, nämlich an JimboXXL, der das Ganze mit so viel Elan aufgebaut hat und organisiert hat. Das ist echt der Wahnsinn. So ca. 7 Mal von heute sind hier gekommen und darunter auch einige große YouTuber und interessante Menschen haben sich gemeldet. Also es ist schon echt krass, was hier der JimboXXL auf die Beine gestellt hat. Genau, geht auf seinen Kanal und ist hier auch noch mal voll eingeblendet.